nun zeige ich euch noch das stummelschwänzchen auch das wird beim schwänli in weiß gearbeitet man legt wieder einen fadenring sticht in den fadenring ein und holt den faden durch danach arbeitet man eine luftmasche und um diese zwei fäden häkle ich nun sechs feste maschen 1 2 3 4 5 6 also stets um diese zwei fäden häkeln dann diesen endfaden anziehen und gleich auf die erste feste masche wieder eine feste masche häkeln insgesamt häkelt man nun 30 feste maschen eine habe ich schon 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 12 12 13 14 15 15 16 15 16 17 18 19 20 20 Ich habe den Faden fest angezogen und häkle ihn nun eine Runde mit ein dann brauche ich ihn nachher nicht zu vernähen 21 22 23 23 Das reicht schon, ich kann nun den Anfangsfaden einfach einstopfen. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Und jetzt arbeite ich wieder eine Kettmasche in die folgende Masche, schneide den Faden auf 30 cm zurück, ziehe ihn durch und fertig ist das Stummelschwänzchen. Untertitelung des ZDF, 2020